Guten Tag, liebe Hörer, willkommen zu Irrlichter und Fixsterne mit Matthias Burchardt. Zu Gast in meiner Sendung ist heute der Bildungswissenschaftler Thomas Damberger. Ich möchte mit ihm in zeitkritischer Absicht über die Digitalisierung von Schule und Leben sprechen. Zur Einstimmung auf die Sendung hören wir zunächst einen Klassiker der elektronischen Musik. Wir laden unsere Batterie, jetzt sind wir voller Energie. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir funktionieren automatisch. Jetzt wollen wir tanzen, Mechanik. Wir sind die Roboter. Guten Abend, Thomas Damberger. Guten Abend, ich grüße Sie. Herzlich willkommen in meiner kleinen Show hier bei Kontrafunk, wo wir mal etwas abweichende Meinungen auch zur Sprache bringen möchten und vielleicht auch nicht nur Meinungen bekunden, sondern auch Begründungen für wissenschaftliche Positionen liefern wollen. Das betrifft insbesondere das Phänomen der Digitalisierung, mit dem Sie sich auch intensiv beschäftigt haben. Jetzt könnte man ja sagen, dass diese Sendung überhaupt zustande kommt, verdanken wir nicht zuletzt den Geräten und dem Internet, die uns beide miteinander verbinden. Und so hat die Digitalisierung doch auch viele, viele Vorteile. Was soll denn dann eigentlich das ganze Gemecker? Ja, also die Vorteile, die will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ja, die liegen ja auf der Hand. Also Sie haben das ja auch völlig richtig beschrieben. Wir können uns auf diese Weise unterhalten. Also durch das Internet, durch digitale Medien. Sie vereinfachen das Leben in vielerlei Hinsicht sehr. Gut, wenn man genauer hinschaut, kann man dann auch feststellen, dass es da das ein oder andere Problem gibt, ja, das wir so wohl nicht hätten. Aber ich denke, alles in allem ist es schon eine große Erleichterung, mit dem wir es hier zu tun haben. Allerdings ist es so, dass wir hier nicht nur ein Werkzeug vor uns haben, mit dem wir etwas tun können und vielleicht einfacher und vielleicht auch angenehmer tun können, sondern es ist so, dass sich im Prinzip, wenn man so will, Beziehungen aufgebaut haben, auch Machtverhältnisse und dergleichen, die nicht ins Bewusstsein geraten. Und das ist ein Problem, ja. Und gerade weil das nicht im Bewusstsein ist, können wir uns dazu nur schwer verhalten. Weil wie sollen wir uns zu etwas verhalten, was eben nicht in unserem Denken, in unserer Aufmerksamkeit vorkommt, weil es verdeckt im Hintergrund sozusagen vonstatten geht. Dazu, glaube ich, müssen wir einige Beispiele und Argumente auch noch nachreichen. Ich würde gerne ansetzen an Ihrem Argument, es ist eben nicht nur ein Werkzeug. Das hört man ja immer wieder, als sei es eine übliche Zivilisationskritik. Auch bei der Einführung des Verbrennungsmotors haben die Leute gemeckert, dass die Autos Leute totfahren würden. Und jede neue Technologie wird begleitet von Kritik. Und letztendlich kommt es darauf an, dass man daraus etwas Gutes macht. Jetzt sagen Sie, dass das gar nicht so ganz einfach ist, weil dieses Instrument der Digitalisierung uns gar nicht neutral vorliegt, sondern immer eingebettet ist in Machtverhältnisse und Abhängigkeiten, die dadurch entstehen. Worin bestehen denn diese Machtverhältnisse? Da gibt es zum einen das große Thema Big Data und Datenerfassung, Datenauswertung und so fort. Und das läuft weitestgehend im Hintergrund. In zweierlei Hinsicht. Zum einen so, dass viele unter uns nicht wissen oder bestenfalls ahnen, was eigentlich Daten sind, was man mit Daten machen kann, was Datenauswertung überhaupt bedeutet. Also welche Gefahren dort auch mit einhergehen können. Kurzum, da herrscht kein Problembewusstsein oder zumindest kein Hinreichendes. Und auf der anderen Seite ist es so, dass durch diese Datenauswertung, die wie gesagt nicht sichtbar wird in aller Regel, Steuerungs- und Kontrollprozesse möglich sind, die ebenfalls nicht sichtbar sind. Und das ist die Hauptproblematik. Also müsste man genauer hinschauen, was sind eigentlich Daten beispielsweise, welche Form von Daten gibt es und so fort. Und wie kann man sich diese Steuerungs- und Kontrollprozesse eigentlich vorstellen? Shoshana Zuboff, die Theoretikerin, die das ja auch in den ökonomischen Zusammenhang bringt, spricht vom Überwachungskapitalismus und hat eine beschämende Analogie formuliert und gesagt, dass es uns eigentlich geht, wie den Menschen in Amerika als Christoph Kolumbus dort einmarschiert ist, wollte ich jetzt schon fast sagen. Sie freuen sich über die Glasperlen, das heißt die kleinen Nutzungsvorteile, die sich aus den Geräten ergeben und merken gar nicht, dass ihnen etwas Wesentliches geraubt wird. Und wollen wir dieses Problembewusstsein ein bisschen erweitern, indem Sie uns darlegen, was sind eigentlich Daten, was sind diese Verarbeitungsmöglichkeiten und welche Steuerungsperspektiven ergeben sich daraus? Gut, also was Daten anbetrifft, gibt es erstmal eine ganze Reihe von Daten unterschiedlicher Art. Also ich denke, die meisten Menschen haben erstmal die Vorstellung, wenn man eine E-Mail schreibt, da könnte jemand oder ein Programm möglicherweise diese E-Mail mitlesen. Und spätestens dann wird es gegebenenfalls unangenehm. Gut, da wir sozusagen die Nachteile von der ganzen Geschichte zunächst einmal nicht mitbekommen, ist es eine sehr abstrakte Geschichte, die hier vonstatten geht. Das heißt, also um es vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, wir haben verschiedene Formen von Daten, hatte ich eben bereits angedeutet, und der Inhalt einer E-Mail, das wäre der Content, also die Inhaltsdaten. Und da liegt oft der Fokus drauf. Was weniger ins Bewusstsein gerät ist, dass es Metadaten gibt, also Daten über Daten, wann wurde was losgeschickt und so fort, ja, und da gibt es dann verschiedene Zahlenkolonnen quasi, mit denen deine malstäbliche Mensch eigentlich gar nichts anfangen kann. Und diese Daten sind ganz besonders interessant. Der damalige NSA-Chef sozusagen, Baker hieß der, der meinte, es ist im Grunde so, wenn wir genug Metadaten haben, brauchen wir nicht wirklich Content. Ja, die Metadaten reichen völlig aus. Diese Daten, um das mal ganz simpel zu formulieren, die werden irgendwo hingeschickt. Die liegen auf einem Server. Also zum Beispiel, wenn ich mein Smartphone benutze, ja, um ein ganz simples Beispiel zu nehmen, dann liegt das da und mit dem Ding kann ich telefonieren. Aber in einem Smartphone sind eine ganze Reihe weiterer Sensoren eingebaut, die permanent Daten erfassen können. Also zum Beispiel ist da ein Bewegungssensor, Entschuldigung, Umgebungslichtsensor. Ein Bewegungssensor ist auch drin, ja, das heißt, das Smartphone weiß, wie schnell ich mich bewege und daraus kann dann geschlossen werden, bin ich mit einem Auto unterwegs oder mit einem Zug oder zu Fuß möglicherweise. Da ist ein Barometer, das misst den Luftdruck, ja, das heißt, es kann eruiert werden, auf welcher Höhe ich mich befinde. Bin ich in Niedersachsen unterwegs oder kruxel ich in den Alpen herum? Ein GPS ist enthalten, das die Position registriert. Und dann gibt es noch eine ganze weitere Reihe oder Anzahl wie Magnetometer, also eine Art digitaler Kompass und natürlich auch Kameras, Mikrofon und so fort. Das heißt, Daten können erfasst werden und diese Daten werden weitergeleitet. Und wir könnten davon wissen, wenn wir die AGBs lesen würden, die wir bei jedem Update wieder akzeptieren müssten und eigentlich, also müssen wir, sonst können wir es nicht updaten, ja, die ganzen Tools können wir nicht nutzen, wenn wir nicht auf OK drücken, auf Akzeptieren drücken. Aber, und da sind wir jetzt in den Strukturen drin, kein Mensch liest diese Dinge oder sagen wir mal, die Allerwenigsten tun das. Sie hatten mir bei einer Tagung von einem absurden oder witzigen Test auf die Lesegewohnheiten der AGB-Wecklicker hingewiesen. Man hatte dort in den AGBs einiges versteckt. Wollen Sie das unseren Hörern vielleicht nochmal kurz auch zum Beispiel geben? Ja, da gibt es ein paar kuriose Geschichten. Bei Amazon gibt es zum Beispiel einen Zombie-Paragrafen, der also besagt, falls eine Zombie-Apokalypse ausbricht, irgendwo in den AGBs ist das versteckt, kann man relativ leicht googeln, dann gelten bestimmte Dinge nicht mehr, ja, die normalerweise laut AGBs gelten. Und da werden noch verschiedene Beispiele genannt, was Zombie-Apokalypse meint, also wenn das Gehirn von anderen Menschen gefressen wird, wiederum von Infizierten und so fort. Das ist eine ganz kuriose Geschichte oder ein weiteres Beispiel zu nennen. Es gibt ein Unternehmen, das hat damit geworben, wenn man diesen Paragrafen liest und eine E-Mail an diese Adresse schickt, bekommt man, ich glaube, 1000 Dollar waren es gewesen, überwiesen. Ja, es hat sich keiner gemeldet. Interne Mitarbeiter durften natürlich nicht mitmachen. Dann gibt es oder gab es vor einiger Zeit einen, wie haben Sie es genannt, Herodes-Paragrafen, der besagte, wenn man bei einem bestimmten Unternehmen, das relativ bekannt ist, ja, dort einen Kaffee trinkt und das WLAN vor allen Dingen nutzt und dann die AGBs akzeptiert, dann klärt man sich quasi bereit, das erstgeborene Kind in diesen Unternehmen quasi zu überschreiben. Also solche Beispiele, rechtlich denke ich, sind die also wirklich nicht hinreichend. Vermute ich, hoffe ich zumindest, dass es so ist. Aber das zeigt etwas. Es zeigt etwas, dass wir diese Dinge nicht lesen. Aber wir stimmen zu. Und wenn Sie jetzt sagen, da fallen eine Vielzahl von Daten an, nicht nur die Metadaten oder der Content selber, sondern auch biometrische Daten, Umgebungsdaten und so weiter, dann ist damit natürlich ein unglaublicher Fundus, der ja zunächst den Eindruck erweckt, der würde sozusagen mein Benutzungserlebnis optimieren. So würde wahrscheinlich ja argumentiert, oder? Ja, das so wird argumentiert. Und das ist die eine Seite. Und das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Daten auch für so etwas genutzt werden. Aber für was werden die Daten denn noch genutzt? Und da lohnt es sich zum Beispiel mal, die AGBs von PayPal durchzulesen. Das ist ganz spannend. Dann wird man feststellen, dass diese Daten, das kann man aber auch äquivalent bei vielen anderen AGBs machen, dass diese Daten an eine ganze Reihe von Unternehmen weitergeleitet werden. Und das sind Unternehmen, die zum Beispiel ein Scoring erstellen. Also Axiom ist ein Beispiel. Das ist oft in diesen AGBs enthalten. Axiom erstellt. Im Grunde genommen, wie erklärt man das am besten? Also eigentlich Schubladen, wenn man so will. Das heißt, da werden ganz viele Daten zusammengetragen und dann wird eruiert, okay, was ist das für ein Typ? Und dann gibt es intern bestimmte Bezeichnungen dafür, wie zum Beispiel der Shooting Star. Ein Shooting Star wäre zum Beispiel eine Person so zwischen Mitte 30 und Mitte 40, verheiratet, sportlich, keine Kinder, ein bestimmtes ökonomisches Einkommen und so fort. Und das sind sozusagen ganz interessante Menschen für dieses System. Denn diese Daten kann man wiederum weiter handeln an bestimmte Versicherungen und so fort, die da sehr interessiert an diesen Kunden sind. Umgekehrt gibt es aber auch eine andere Kategorie. Und da hat Pyong Chul Han, ein Kulturwissenschaftler, Philosoph aus Berlin, der hat das mal sehr schön herausgearbeitet mit Verweis auf einen New York Times Artikel. Denn dieser Artikel, der hat über Axiom geschrieben und da wurde deutlich, dass intern die unterste Kategorie Waste genannt wird, also Müll. Das sind also Menschen, die also nicht Geld bringen potenziell, sondern Geld kosten. Und die sind sozusagen, oder deren Daten sind völlig uninteressant und damit auch die Menschen, die dahinterstehen, uninteressant. Das heißt also, da wird mit Kategorien, mit Schubladen gearbeitet und diese Daten werden eigentlich permanent gehandelt und das geschieht im Hintergrund. Das ist nicht illegal. Wie gesagt, ist ja in den AGBs drin, man muss es ja nicht akzeptieren. Aber wenn man es eben nicht akzeptiert, oder die AGBs nicht akzeptiert, dann hat man das Problem, dass man diese Sachen nicht nutzen kann. Und wenn man die Sachen nicht nutzen kann, dann ist man in vielerlei Hinsicht außen vor. Und dann hat man ein Problem. Und dann merkt man, dass diese Strukturen doch einen gewissen Sog entwickelt haben. Das ist mir auch aufgefallen, dass eine Zeit lang das immer als Alternative angeboten wurde und dass aber die Nutzung dieser Alternative dazu geführt hat, dass nicht die Wahlfreiheit zunimmt, sondern dass andere Optionen wegfallen. Also etwa Online-Banking, weil irgendwann mal eine smarte Alternative, was dann aber schließlich dazu führte, dass Schalter geschlossen wurden. Und jetzt auch Senioren zum Beispiel, die aus Gründen der Überzeugung oder auch der eigenen technischen oder ökonomischen Möglichkeiten kein Online-Banking mehr betreiben können, einen Verlust an Infrastruktur haben, hinnehmen müssen. Das ist völlig richtig. Das erleben wir. Also wir könnten das Beispiel Bildung nehmen, Bildungsinstitutionen. Wir sprechen aktuell mal wieder von Präsenzunterricht. Und das wird so als Befreiung quasi dargestellt, mit Blick auf die Einschränkungen, die wir zuvor hatten. Allerdings ist natürlich die Frage, wie lange bleibt das erhalten? Und die Maßnahmen im Grunde der Corona-Situation haben ja eben zu diesem sogenannten Distance Learning, Homeschooling oder wie auch immer man das nennen will, geführt. Dann gab es in dieser Zeit im Grunde keine wirkliche Alternative. Darüber müssen wir ausführlich sprechen, weil wir ja auch beide vom Fach sind. Aber was ich so bemerkenswert finde, ist, dass ein Begriff, der eigentlich zur Substanz des Pädagogischen gehört, nämlich die Präsenz, jetzt plötzlich als in einem Kompositum vorangestellt werden muss. Und endlich eine Selbstverständlichkeit damit als Ausnahme markiert wird. Also Unterricht in Nichtpräsenz hätte man sich in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts kaum vorstellen können. Und plötzlich muss es markiert und erklärt werden. Und auch da ist ein großer Druck, der auf der Realität lastet. Und das würde ich gerne nochmal in eine Frage formulieren, was Ihre Einschätzung der Lage betrifft. Weil es sieht ja im Moment so aus, wenn Sie beschrieben haben, hier fallen Daten an, die Daten werden ausgewertet. Diese Auswertung führt dazu, dass Menschen klassifiziert werden. Aus diesen Klassifikationen folgen Konsequenzen im Hinblick auf Lebenschancen, die eingeräumt oder auch den Leuten verwehrt werden. Das klingt ja immer noch so, als könnte man das vermeiden, indem man das Internet und diese ganzen Algorithmen in die Hände der Guten, Waren und Edlen überreichen würde. Aber gibt es nicht auch Dynamiken, die aus dem System selbst heraus erwachsen? Ich habe mich noch an Ihren Vortrag erinnert, wo Sie so schön beschrieben haben, dass der Computer gar nicht uns mehr so gegenübersteht und ich ihn aufsuche und wieder verlasse. Auch in der Schule gab es ja früher den Computerraum, da ist man hingegangen, hat die Geräte angeschaltet, hat sich mit ihnen beschäftigt, hat sie abgeschaltet und war weg. Sondern, dass wir eigentlich gewissermaßen eingebaut sind in eine digitale Infrastruktur, zu der wir gar nicht mehr auf Distanz kommen. Ja, das ist das Hauptproblem, vor dem wir stehen. Im Grunde kann man es folgendermaßen erklären. Wir hatten in den 40er Jahren, als die ersten volldigitalen Computer entstanden, das war 1946, wurde das erste Modell präsentiert. Da war es so, dass wir wirklich noch den Computerraum hatten. Das heißt, da musste ein Mensch hineingehen in diesen Raum. Der hat dann Module rausgeschraubt, neu verkabelt, neu vertratet, neu justiert und dergleichen. Und das heißt, das Programmieren fand im Computer statt. Der gesamte Raum war Computer. Und da wusste man sehr klar, ob man im Computer war oder nicht. Und dann gab es im Grunde in den 70er Jahren, als die ersten wirklichen PCs auf den Markt kamen, der Apple I zum Beispiel, da war es so gewesen, dass das Verhältnis folgendermaßen beschrieben werden kann. Der Computer ist vor uns. Wir sitzen da vor diesem Rechner mit der Tastatur, mit der Maus, Bildschirm und so weiter, wie man das heute auch kennt. Und wir geben Daten ein und der Computer macht etwas damit. Und heute scheint es noch so zu sein. Wir haben ja immer noch diese Computer. Ich schaue jetzt gerade in einem rein, in diesem Augenblick, und in meiner Nähe liegt ein Smartphone. Und noch immer muss ich Daten eingeben. Ob ich sie jetzt spreche oder sonst wie eingebe, ist völlig irrelevant. Fakt ist, ich muss Daten eingeben. Der Punkt ist aber der, dass aufgrund dieser großen Anzahl an Sensoren, aufgrund dieser großen Anzahl an Geräte, die um uns herum sind, die andere Menschen haben, die sich im selben Raum befinden beispielsweise, öffentliche Kameras und so fort, ist es so, dass mehr und mehr die gesamte Welt zu einem Computer avanciert ist. Und wir sind da drinnen. Und wir sind ganz unabhängig übrigens davon, ob wir die Geräte selbst nutzen oder nicht, befinden wir uns in einer Welt, in der Computer eine wichtige Rolle spielen. In der Dinge um uns herum smarter werden, wie es so schön heißt. Also Stichwort Internet der Dinge. Und bis hin zum Internet of Bodies, um das noch weiter zu skalieren. Würden Sie das bitte erklären, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es für unsere Hörer nicht alle gleichermaßen geläufig ist, was das Internet der Dinge oder das Internet der Körper ist. Im Grunde ist es ganz simpel zu erklären. Es gibt ja, wie viele schon mal gehört haben von Amazon, bestimmte Produkte wie Echo und dergleichen mehr. Oder von Google gibt es Google Nest und so fort. Und damit kann man bestimmte Sachen koppeln. Also zum Beispiel, man kann das Licht damit koppeln und kann dann sagen, Alexa, mach das Licht an. Ja, und dann, wenn alles gut läuft, wird das Licht angemacht. Man kann die Heizung auf diese Weise steuern und so fort. Oder ein Lied abspielen lassen. Das heißt, Alltagsgegenstände, die eigentlich per se nicht digital sind, wie das Licht, werden digital. Sie werden mit Chips versehen, werden gekoppelt mit bestimmten Tools. Und dann reden wir eben von Dingen, Alltagsgegenstände, die an das Internet angebunden werden, sozusagen, ohne dass da Kabel oder sonst irgendwas eine Rolle spielen. Und das Ganze kann man jetzt noch weiter treiben. Wir laufen durch die Gegend, zunehmend mit zum Beispiel Smartwatches oder Fitnessarmbänder und so fort. Das heißt, wir tragen die digitale Technologie an uns und mit uns. Das heißt, im Grunde sind sie uns ganz nah an den Körper gerückt. Und wenn man das noch ein bisschen weiter treibt, dann könnte man sich vorstellen, dass diese Gerätschaften auch in unseren Körper rücken. Und siehe da, die ersten Phänomene gibt es bereits. Es gibt Menschen, die sich zum Beispiel einen RF, also einen Radio Frequency Identification Chip unter die Haut spritzen lassen. Das kann man zum Beispiel in Frankfurt beim Piercer seines Vertrauens machen. Das ist nicht teuer. Und dann kann man bestimmte Dinge, die Normalsterblichen, die das nicht haben, nicht können. Das heißt, man kommt in bestimmte Gebäude zum Beispiel mit diesem Gerät hinein, also mit diesem implantierten. Man könnte sich auch vorstellen, bargeldlos zu zahlen. Auch das wäre denkbar. Und vieles andere. Im Zuge der Corona-Situation mal ein Beispiel zu nehmen, war ja eine Debatte, darf man einfach so ins Restaurant oder sonst wo rein, ohne dann einen Test vorzuzeigen. Und dann hieß es zeitweise zumindest, nee, man muss da einen Nachweis erbringen. Und man könnte so einen Nachweis zum Beispiel mithilfe eines solchen implantierten Chips auch erbringen. Das wäre zum Beispiel das Internet of Bodies, von dem wir jetzt hier reden. Ich habe das mal versucht auf eine Metapher zu bringen und habe von einem Exoparasiten gesprochen, der sich in unseren Körper einnistert, der schießt dann so weiße Tentakel in unsere Ohren, verlangt von uns gestreichelt zu werden und saugt uns Daten ab. Und wir müssen nur mal daran denken, wenn wir in den Urlaub fahren, dass wir eigentlich gar nicht nur für uns Versorgungsinfrastruktur mitnehmen, sondern auch jede Menge Kabel und vieles andere, um diesen Parasiten auch zu nähren. Und dieser Parasit, der gerät nun auch unter unserer Haut, so steht es zu befürchten. Und wenn wir das mal ein bisschen auf ein Fazit bringen können, heißt das, dass wir längst die Distanz verloren haben in Hinblick auf die Nähe. Diese Geräte sind in unser Körperschema gewissermaßen integriert, sodass wir ein Amputationsgefühl verspüren, wenn wir unser Handy mal nicht dabei haben oder es irgendwo liegen gelassen haben. Und dass man auch im Scherz schon sagt, ja, müsste man möglicherweise auch die Jugendlichen operativ trennen von ihren Geräten, damit sie wieder ein freies Leben führen können. Das heißt also, wir sind hier in eine Infrastruktur hineingeraten, die uns einerseits eine Erleichterung des Lebens verspricht, andererseits neue Abhängigkeiten erzeugt und auch unseren Machtzuwachs nicht nur unbedingt zum Ausdruck bringt, sondern uns auch in eine Unterwerfungssituation geraten lässt. Nun ist es üblich in meiner Sendung, dass sich die Gäste einen Liedtitel wünschen dürfen. Und sie haben sich da auch etwas sehr pathetisches und erschreckend reflexives gewünscht. Wir werden den Titel jetzt hören und dann gemeinsam darüber sprechen. Ich bin sehr gespannt, was sie dazu bewogen hat, diesen Titel auszuwählen. Und hier in der Nacht, als ich fühle die Inferno, ich stare in die Dark, thinking, was ist eternal? Die Mann oder die Moment? Die Akt oder die Reason? Diese Thoughts fill my head as I contemplate treason Of dreams I have had And dreams I have pondered When late in the night My mind, it would wander To things I have done And then quickly regretted While denying vices My life had selected And I think what I've done Or have yet to begin And the man I've become And the man that I've been Now caught in a waltz With the eternal dancer I've caught it by death But death isn't the answer I say All I was Meant to be Could I Suddenly just decide Not a thought would survive Could it be my life's worth Ended there with By birth? If I could see someone Who's been there before me And traded his soul For a moment of glory His pen so mercy My spirit's debated While judged on a scale That's been heavily weighted And what have I done? Could there be such a sin? In this man I've become In this man that I've been Now calling to God From the pits there he fought them I pray he forgives Every sin I've forgotten This day guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo And text to belief Untertitelung des ZDF, 2020 I have thought that my fate it would counter This twist in the road on which I have wandered Each vision and dream now completely dismembered To give one's whole life and find nothing's remembered And what lives a life that leaves nothing behind Not a thought or a dream that might echo in time The years and the hours, the seconds and minutes And everything that my life has placed in it Betrayed 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 The things I have done The places I've been The cost of my dreams The weight of my sins And everything that I've gathered in life Couldn't be lost Couldn't be lost in this Couldn't be lost in this Couldn't be lost in this Life What is eternal? Thomas Damberger Was hat Sie bewogen, diesen Titel vorzuschlagen für diese Sendung? Ja, ich habe mir wirklich viel Gedanken gemacht, welchen Titel ich wähle und freue mich auch, dass ich mir einen aussuchen durfte Und am Ende mich eben genau für diesen entschieden Und der Hintergrund ist der Es geht mir um die existenzielle Erfahrung Also um etwas genuin Menschliches Ohne dass ich mir überhaupt das Leben gar nicht vorstellen kann Im Grunde ist es doch so, dass wir zumindest an den Grenzen unseres Daseins diese existenzielle Erfahrung immer haben Also Stichwort Geburt und Tod Na gut, an die Geburt kann man sagen, können wir uns in der Regel nicht erinnern Aber mit Blick auf die Endlichkeit ist es dann doch so, dass wir sie im Blick haben Und die Tatsache, dass unser Leben ein Endliches ist Und dass es nicht nur erst endlich sein muss, wenn wir 70, 80 Jahre alt sind Sondern dass es im Grunde jeden Moment eigentlich schon enden könnte All das, das bewegt dann immer mal wieder dazu, sich die Grundsatzfrage zu stellen Um was geht es eigentlich, wenn wir hier sind? Was machen wir? Warum sind wir da? Ja, welche Spuren will ich hinterlassen am Sand der Gezeiten Wenn man mal dieses Bild bemühen darf Und es gibt Situationen, da wird diese Frage extremst stark und wirksam Dass sie uns fast in die Verzweiflung hineinführt Und das ist nicht leicht, unbestritten Aber es ist dann doch mir persönlich immer noch um einiges lieber Dass diese Frage so wirksam wird zu meinen Zum Teil auch so erschreckend dominant wird Es ist mir immer noch lieber, als in einen Funktionalismus überzugehen In dem alles ganz wunderbar mehr oder weniger gut hinhaut In dem ich ein Rädchen in einem großen Getriebe bin Das selbst auch irgendwie funktioniert wie eine gewaltige Maschine Aber das, um was es im Kern im Menschsein geht Eigentlich nur noch eine Marginalie, vielleicht gar keine Rolle mehr spielt Ich lese gerade mit meinen Studenten Blaise Pascal die Gedanken Und da geht es ja um die Zerstreuung Die dadurch erforderlich wird scheinbar Dass es einem Menschen nicht möglich ist In einem Raum zu sitzen und zu ertragen Dass er sich selbst und dem Kosmos ausgeliefert ist Und dann würde er möglicherweise Vor diese existenziellen wesentlichen Sinnfragen gestellt Und so müsste man dann auch im Hinblick auf unser Thema Nämlich die Digitalisierung fragen Ob das nicht auch eine Zerstreuungsmaschine ist In die wir uns dann ankoppeln Um diesen Fragen zu entgehen Sie haben mich vertraut gemacht Mit einem kleinen Text von E.M. Forster Die Maschine steht still Ein Roman, der, ich glaube schon 100 Jahre alt ist Ja, also über 100 Jahre Und trotzdem vom Internet handelt Wollen Sie unseren Zuhörern ein wenig auf den Geschmack bringen Worum geht es in diesem Roman? Ja, gerne Ich bin auch durch Zufall wirklich darauf gekommen Auf diesen Roman Es ist so Er spielt in der Zeit Von der wir eigentlich gar nicht wissen Welche Zeit gemeint ist Es ist eine Zukunft Aus der Perspektive wie gesagt 1909 in etwa Und diese Welt kann man sich so vorstellen Dass die Menschen nicht mehr auf der Erde leben Sondern sie leben unter der Erde In wabenförmigen Zimmern je für sich allein Der Grund liegt darin Dass man auf der Welt nicht mehr leben kann Sie ist nicht mehr lebenswert geworden Und bietet auch kein Leben mehr Gase, verbrannte Erde und so fort Bäume gibt es keine mehr Die Menschen leben also unterirdisch für sich alleine Erleben aber dieses Alleinsein nicht Das heißt sie werden sobald sie erwachsen sind Und ein Erziehungsheim oder eine Erziehungsanstalt hinter sich gebracht haben Zugeteilt An der frei gewordenen Wabe Und dort haben sie alles was sie brauchen Sie sind Wenkleis sie wie gesagt alleine dort sind In der Situation Dass sie mit allen möglichen Menschen vernetzt sind Über eine Maschine Sie können mit ihnen kommunizieren Sie können sie auch sehen Sie hören sich Vorträge an Und geben selbst welche Womit wir wieder beim Stichwort Distance Learning gegebenenfalls sind Aber mehr noch Es ist nicht nur das Spannende Dass der Computer noch gar nicht erfunden war Noch lange nicht Es ist auch nicht das Interessante Dass das Internet noch nicht erfunden war Sondern die Rede ist auch hier Vom Internet der Dinge Über Knopfdruck Und das Bewegen eines Hebels erscheint Bett und Badewanne Was auch immer man braucht Die Menschen bewegen sich nicht mehr Großartig Sondern sie sitzen auf dem Sessel Der sich dann wiederum mechanisch bewegt Über die Maschine Und die Maschine sorgt für Luftzufuhr Für Nahrung Für alles Was relevant ist Für das Leben dieser Menschen Die eben in gewisser Weise Schon längst Teil dieser Maschine geworden sind Und das Spannende ist Sie verstehen diese Maschine nicht mehr Sie wissen sehr wohl Dass Menschen diese Maschine gemacht haben Aber das war irgendwann mal gewesen Und sie haben diese Funktionsweise der Maschine Selbst nicht begriffen Und es geht so lange gut Bis es irgendwann nicht mehr gut geht Bis die Maschine still steht Und da möchten wir den Spannungsbogen Auch aufrechterhalten Aber die Diagnose vielleicht mitnehmen In Hinblick auf eine Zeitkritik Ich habe da den Roman dann auch mit Begeisterung gelesen Durch ihre Anregung Und ein paar Aspekte möchte ich hervorheben Also eine, das ist warbenförmige Vereinzeln Wir sprechen viel von sozialen Medien Aber wir treffen halt gar keinen anderen Sondern nur den visuell aufgehübschten Avatar Eines weiteren Einsamen letztendlich Dann wird immer wieder von der Vermeidung Von Primärerfahrung gesprochen Also dass sozusagen die maschinell vermittelte Information Mehr bedeutet als die tatsächliche Wahrnehmung von Welt Das ist geradezu verpönt Mit Wirklichkeit in Kontakt zu kommen Und vor allem eine unglaubliche Verkümmerung des Leibes Diese Menschen sind nicht mehr besonders attraktiv Und fühlen sich nicht mehr irgendwie inkarniert Sondern das Ganze ist überwunden In eine gewaltige Entfremdungsperspektive Sehen Sie solche Tendenzen gegenwärtig auch? Suggestivfrage und ist die Pädagogik gut beraten Wenn sie auf diese Maschinen setzt? Also die Antwort ist ja, natürlich Was die erste Frage anbetrifft Diese Tendenzen sind offensichtlich vorhanden Was die zweite Frage anbetrifft Also Pädagogik wäre oder ist Auf einem wirklich nicht wünschenswerten Weg Wenn sie als Pädagogik noch weiterhin bestehen will Und eine Rolle spielen will Und einen Wert und eine Bedeutung haben will Und natürlich muss ich das kurz begründen Die Situation ist doch die, dass wir natürlich Bestimmte Erfahrungen im Netz machen können heute Und das sind zum Teil auch wirklich spannende Und interessante Erfahrungen Wie diese hier beispielsweise Aber der Punkt ist der Dass wir, wenn es um die sinnliche Wahrnehmung geht Natürlich jetzt sehr beschränkt sind Das heißt, wir können uns hören Wir könnten prinzipiell auch uns sehen und so fort Aber das war es im Grunde genommen schon Alle anderen Sinne, die durchaus eine Rolle spielen In unserem Leben sind digital nicht vermittelbar Aktuell zumindest Gut, das kann auch einen Vorteil haben Sich nicht riechen zu müssen Und so fort Aber wenn man jetzt mal die Situation Einer Live, einer Präsenz sich anschaut Einen Vortrag oder eine Seminarsituation Dann ist es doch so, dass man ein bestimmtes Feeling hat Man kommt in den Raum Da sitzen dann viele andere Und die schauen einen an und so fort Und dann sieht man Mimiken und so fort Der fragende Blick beispielsweise Man baut eine Spannung idealerweise auf Und spürt diese Spannung auch Das alles fällt weg Es ist etwas, was man Das ist die Hauptproblematik Was man möglicherweise gar nicht Ich weiß es nicht In irgendeiner Weise digitalisieren kann Und das würde bedeuten Dass wir im Grunde genommen im Akt der Digitalisierung Vor dem Computer in die Knie gehen müssen Wir können quasi nur mit dem arbeiten Mit dem ein Computer auch rechnen kann Das heißt die Welt wird verkürzt Und mit dieser verkürzten Welt leben wir Und wir erleben sie Und das wäre der Worst Case Irgendwann als Normalität Das erinnert mich an diese Dialektik Von Herrscher und Knecht bei Hegel Der ja das Verhältnis völlig auf den Kopf stellt Denn normalerweise würden wir sagen Der Herrscher befiehlt Und der Knecht gehorcht Also wir sind die Souveräne der Maschinen Und die Maschine erfüllen unsere Aufgaben Aber er zeigt zugleich Dass eine umgekehrte Unterwerfung auch erforderlich ist Denn zum einen muss der Herr sich dem Knecht gemäß äußern Das heißt wir unterwerfen uns den Maschinen Damit sie das tun, was wir von ihnen wollen Und vor allem verlernen wir Dinge Die wir konnten Indem wir uns abhängig machen Von dieser Infrastruktur Und zugleich verwandelt sich unsere Realität komplett Also es sind nicht einfach nur Medien Die etwas übermitteln Was auch ohnehin stattfinden könnte Sondern es ist eine Stiftung einer eigenen Realität Und dann höre ich bei Ihnen raus Dass dadurch Voraussetzungen fortfallen Die allein in der funktionalen Perspektive des Unterrichts Also die Erhöhung von Lernwirksamkeit Schon große Fragen aufwerfen Zugleich aber auch nochmal Fragen aufwerfen In Richtung Deckt sich das überhaupt mit unserem Menschenbild Passen wir da rein? Sind wir als Untertanen der Maschine Als Bewohner des Maschinenparks eigentlich hinreichend beschrieben? Und wie passt das überhaupt auch zu unseren Bildungszielen? Die Frage des Menschenbildes Und die Frage der Bildungsziele Das sind ja Fragen Die eigentlich so eng verwoben sind Dass man sie gar nicht trennen kann Das heißt Wenn ich Pädagogik betreibe Muss ich ein Bild haben Auf das mein pädagogisches Wirken quasi abzielt Wenn man das Bild auch möglicherweise als Ideal verstehen will Dann will ich das Ideal nicht erreichen Aber es muss dennoch als regulative Idee Als Stern am Horizonten der Dunkelheit der Nacht wirksam werden Ich erwähne bei dieser Stelle gerne nochmal Dass unsere Sendung Irrlichter und Fixsterne heißt Und wir bedürfen der Orientierung für unsere Praktiken Und wenn diese Praxis ins Leere läuft Dann wird sie blind Und läuft sozusagen in die offenen Machtverhältnisse Der Steuerungsinteressen hinein Entschuldigung für die Unterbrechung Aber das war eine so schöne Vorlage Die musste ich nutzen Ne, das passt ja auch sehr schön Diese Unterbrechung Also von daher wunderbar Ne, es ist so Dass wir uns natürlich die Frage stellen müssen Also was ist das eigentlich für ein Menschenbild Mit dem wir heute arbeiten Vielleicht ist uns dieses Bild Wahrscheinlich sogar nicht wirklich bewusst Aber es wäre an der Zeit Dass es neu ins Bewusstsein gerät Es ist so, dass wir im Grunde genommen Fast schon sagen müssen Dass wir es mit einer Cyborgisierung Des Menschen zu tun haben Und das Wort Cyborg Das meint ja eigentlich ein Es ist ein Neologismus Also ein Kunstwort Ein Neues Ein Wort Neuschöpfung Das ist zusammengesetzt aus Cybernetic Also Kypernetik Da geht es um Steuerung Und um Kontrolle Und auf der anderen Seite Organism Also der Organismus Und die Kurzfassung wäre dann der Cyborg Also der kypernetische Organismus In Science Fiction Filmen wir dieses Bild oft bedient Man denkt an Terminator Um etwas Altes mal herauszukramen Also eine Mensch-Maschine-Mischwesen Aber wir müssen das gar nicht so denken Wir können das im Grunde schon erleben Wenn wir uns einfach mal anschauen Denn wenn es wirklich so ist Dass die Welt durch die Sensorisierung Und Data-Affizierung Und Computerisierung Und das Durchwirken der Digitalisierung Insgesamt Wenn die Welt zu einer Maschine Avanciert ist Dann ist die Frage Was ist unsere Rolle In diesem System Und unsere Rolle In diesem System Ist möglicherweise Dass wir bestimmte Dinge Zu erfüllen haben Von denen wir gar nicht so genau wissen Was das eigentlich für Dinge sind Das klingt jetzt sehr süperlinisch Aber was ich damit meine ist Wenn auf Basis der Daten Die erfasst werden können Sehr genaue Profile Von uns entwickelt werden können Wenn mit diesen Handel betrieben wird Dann läuft das ja auf etwas hinaus Zum Beispiel Dass wir eben auch Gesteuert werden können Shoshana Suboff hat ja sehr klar Darauf hingewiesen Dass wir auch gesteuert werden Aber so Dass wir die Steuerung Als Steuerung nicht wahrnehmen Dass wir uns also frei wähnen Es aber faktisch nicht sind Wir sind gute Idealerweise Gute Rädchen In diesem großen System Wir machen das Was wir tun sollen Und das können wir sogar Auf die politische Ebene übertragen Ein ganz simples Beispiel Ist Deepfake Deepfake Muss man auch kurz erklären Das ist nicht Fake News Sondern Deepfake Meint Dass man künstliche Intelligenz Einsetzt Um Fotorealistisch Und so weiter Videos zu erzeugen So wie es der Ministerin Mit dem Klitschko Ja genau Videokonferenz gegangen ist Das wäre ein Beispiel Ja und vor einiger Zeit War es so Da hat man die Queen Elizabeth Die hat man eine Weihnachtsrede Halten lassen Und sie hat dann plötzlich Angefangen Sie aus dem Nähkästchen Zu plaudern Was schon sehr ungewöhnlich war Und dann fängt sie an zu tanzen Das ist ein Deepfake Das heißt man hat eine Frau Eine junge Frau Hingesetzt Hat aber Hat sie auch erzählen lassen Und hat die Stimme der Queen Und ihr Äußeres Trübergelegt Und zwar so Dass man beim besten Willen Keinen Unterschied erkennen konnte Und jetzt nur mal Als ein Beispiel Damit höre ich dann auch schon auf Wir haben im Moment die Situation Dass es politisch Sagen wir mal Sehr schwierig Wieder geworden ist Und jetzt nehmen wir mal an Ein Staatschef Nehmen wir den Chinesischen Oder den Russischen Stellen sich vor die Medien Also wir haben quasi Breaking News Ja Und wir sehen dort Wie eine Rede gehalten wird Dahingehend Ich nehme mal China als Beispiel Dass die amerikanischen Schiffe Sich bitte schön Binnen 24 Stunden Aus dem südchinesischen Meer Zu entfernen haben Ansonsten wird das Als Kriegsgrund wahrgenommen Das könnte Deepfake sein Absolut realistisch Und wenn wir wissen Wie die Medien funktionieren Da geht es um Geschwindigkeit Um Klickzahlen Es muss schnell verbreitet werden Und so fort Dass die Leute das anklicken Dass Geld verdient wird Und auf diese Weise Können wirklich Weltkriege Im schlimmsten Fall Entzündet werden Die meisten Leute Wissen aber nicht Was Deepfakes sind Und können sich nicht vorstellen Dass so etwas Wirklich wirksam werden kann Das ist ein Beispiel Für diese Problematik Vor der wir stehen Das heißt Es wäre naiv Zu glauben Dass es noch zwei Geschiedene Sphären gibt Die eine Analoge Realität Und das andere wäre Dann die digitale Virtualität Und die Die kann man unterscheiden Sondern es ist so Dass wir eigentlich Mit einer Art Ontologischen Druck Auf der vermeintlich Analogen Alten Realität spüren Der ausgeht Von diesen neuen Formen Des Visualisierens Der Digitalisierung Mir ist noch ein anderes Beispiel eingefallen Das betrifft den Erkenntnisprozess Wir gewinnen ja Wissen durch Algorithmische Analysen Auf der Basis von Big Data Von dem wir irgendwie Davon ausgehen müssen Dass das eine bestimmte Geltung haben könnte Also ich habe gerade gehört Dass etwa Google Und auch die Amerikanische Gesundheitsministerien Sich Gedanken machen Wie man Krankheiten Vorhersagen kann Und dann auch mit einer Bestimmten Sehr hohen Treffer Wahrscheinlichkeit Intervenieren kann Zu einem sehr frühen Zeitpunkt Ob das wünschenswert ist Oder nicht Ist nochmal eine zweite Frage Der Punkt ist der Wir haben da eine Äußerung Die wie bei einem Orakel aus Delphi Auf jeden Fall Zutreffend zu sein scheint Und uns bleibt eigentlich Nur noch über Das anzuerkennen Wie diese Menschen In dem Roman von Foster Und können aber nicht Mehr nachvollziehen Wie sie zustande kommt Das heißt das Paradigma Der Aufklärung Nämlich dass wir Unter Zuhilfenahmen Des eigenen Verstandes Auf der Basis Von Vernunftgründen Zu Überzeugungen kommen Die wir auch Zur Disposition stellen Ist völlig Außer Gefecht gesetzt Sondern wir Geraten in eine Art Vormodernen Glaubenskultur Wo wir einen Orakelspruch hinnehmen Als wahr Nicht mehr nachvollziehen Können Und uns nach ihm richten Weil wir befürchten müssen Dass er stimmt Ich weiß das Als Problem von Landwirten Beispielsweise Die sich fragen Ja soll ich jetzt Auf mein Gespür vertrauen Was den Zeitpunkt Der Ernte angeht Oder auf die Wetter App Wer hat da eigentlich Mehr Recht Und sobald auch Diese Dominanz Dieses Algorithmus Im Raum steht Erfinden wir Eine ganz große Irritation Die auch unser Weltverhältnis erschüttert Und die Gefahr Dass wir möglicherweise Zu Sklaven Oder gehorsams Leistenden Objekten Eines digitalen Regimes werden Scheint mir durchaus Schon gegeben zu sein Selbst heute Wir sind noch gar nicht Bei den Zukunftsvisionen Ja richtig In der Debatte Um Big Data Beispielsweise Da gab es Eine Form Oder eine Weise Big Data zu erklären Durch verschiedene Vs Ja Ein V ist zum Beispiel Volume Das ist die Datenmenge Ja Oder Velocity Das ist die Geschwindigkeit Mit der Daten erfasst werden können Und weitergeleitet werden Da gab es Anfangs vier Vs Das hat sich dann erweitert Mittlerweile gehört zum Beispiel Veritas Also Veracity dazu Der Wahrheitsgehalt Und das bedeutet Wir können nicht überprüfen Ja Ist das zutreffend Wir wissen ja gar nicht Welche Daten Wie genutzt werden Wie weiterverkauft werden Auf welchen Servern die sind Und auch wie viele Kopien es deshalb Von den Servern gibt Und so fort Und wenn wir nicht wissen Welche Daten wo sind Was Daten überhaupt sind Wie können wir uns dann dazu verhalten Wie können wir Ein Urteil darüber fällen Ob das zutrifft Was auf Basis dieser Daten Ausgewertet Und uns dann Vor die Nase gesetzt wird Also man könnte ja zum Beispiel Eine ganze Kultur Aufgrund einer KI-Prognose In Hinblick auf die Gefahr Eines Viruses Über mehrere Jahre Kaltstellen Soziale Bindungen Unterbinden Wirtschaft ruinieren Und so weiter Und so weiter Und das würde nicht mehr Einen politischen Prozess zulassen Also ist das nicht das Ende Des politischen Ja Das ist das Ende des politischen Das ist richtig Und gleichzeitig eine Chance Weil in dem Moment In dem uns das bewusst wird Was hier möglich ist Und vielleicht sogar auch geschieht Ja In welcher Weise auch immer Und wo auch immer Dann haben wir die Chance Uns dazu verhalten zu können Wenn diese Problematik Diese Gefahr sichtbar wird Dann Und da sind wir quasi Über Hölder Dann haben wir die Chance Dass das Rettende eben Sichtbar wird Was daraus erwächst Das heißt Wir können es thematisieren Wir können anfangen Fragen zu stellen Wir können anfangen Hinzuschauen Ein Diskurs zu führen Und so fort Wenngleich wir jetzt Noch keine Lösungen haben Natürlich nicht Und auch keine Alternative Vielleicht vorweisen können Aber wenn die Fragen da sind Wenn der Stachel des Zweifels Sozusagen wirksam wird Ja Dann wird es interessant Ja und ich bin eigentlich Auch ganz optimistisch Zum einen erlebe ich Ein großes Heimweh Nach der Wirklichkeit Gerade bei den jungen Leuten Die sagen also Diese ganze digitale Schule War fürchterlich Ich freue mich sogar Wieder mal auf den Mundgeruch Und den Speichelwurf Meiner Lehrerin In der ersten Reihe Weil das irgendwie Was echtes hat Zum anderen denke ich auch Dass der Energieaufwand Dieser ganzen Systeme In Zukunft die Frage aufwirft Ob wir uns dieses ganze Geblinke und Gepieps Überhaupt noch leisten können Und wollen Oder ob wir nicht Zurückkehren möchten Zu etwas anderem Woraus wir viel mehr Kraft Beziehen Wir sind schon fast Am Ende der Sendung Und gleichwohl möchte ich Von Ihnen doch auch mal Ihre Prognose Oder Ihre Perspektive hören Ist das Ganze Wie ein naturgemäßer Vorgang Unausweichlich alternativlos Gibt es Möglichkeiten Der Intervention Oder wie schätzen Sie das ein Ja das ist eine ganz Ganz schwierige Frage Ich bin ein bisschen In Sorge etwas zu sagen Was jetzt zu apokalyptisch wirkt Ja aber ich denke Dass wir die Problematik haben Dass wir durch eine reine Aufklärungsgeschichte aus der Nummer Eigentlich gar nicht rauskommen Ohne weiteres Weil wir viel zu wenige erreichen Mir ist durchaus bewusst Dass es eigentlich nur wenige bedarf Die sehr aktiv und sehr aufmerksam sind Um vieles bewirken zu können So und von daher ist da schon Wieder eine Chance da Auf der anderen Seite ist es aber so Dass ich denke dass Gerade weil so ein unglaubliches Unwissen besteht Wir reden zum Beispiel von der Medienkompetenz Ja und da ist ein Aspekt Die Medienkunde Das ist eine Dimension Die ist ganz wesentlich Wenn ich keine Medienkunde habe Kann ich auch nicht medienkritisch sein Wenn ich einen Raum habe Und nehme die Höhe weg Als eine Dimension Habe ich keinen Raum mehr Also das entscheidende Moment ist Dass wir dort ansetzen Und die Frage ist Reicht das sozusagen aus Oder ist es nicht so Dass das System Wie wir es im Moment haben Kollabieren muss Mir scheint es so Dass die Maschine Wirklich ins Wanken kommen muss Dass sie wirklich An einen Stillstand gelangen muss Dass ein Aufwachprozess Stattfindet Aus einer Notwendigkeit heraus Aber das muss nicht Der Untergang sein Im Gegenteil Ich würde sogar sagen Das ist die riesige Chance Die wir haben Weil wir dann genötigt werden Alternativ zu diesen Zu dieser Funktionalität Die uns umgibt Deren Teil wir schon geworden sind Etwas zu eröffnen Und da würde ich ansetzen Das war Irrlichter und Fixsterne Bei Kontrafunk Falls Sie etwas verpasst haben Oder die Sendung Gerne noch einmal hören möchten Darf ich Sie darauf hinweisen Dass es heute Abend Um 23.05 Uhr Eine Wiederholung gibt Vielen Dank Thomas Damberger Vielen Dank liebe Hörer Bis zur nächsten Sendung Ihr Matthias Burchard Begrab, begrab mein iPhone An der Biegung des Flusses Da wo in der Mitte der Gesellschaft Eine Kausalkette entspringt Fahrt mein Wagen in die Wüste Und lasst ihn stehen Wo der Tank endet Blast meine geheimen Nummern In die Wolken Die vorbeiziehen Zieht mein Gesicht in den Sand Und handelt mit meiner DNA Zieht Kornkreise in die stehenden Felder Meiner Biografie Lest meine Gedanken Verschenkt die Daten Verkauft mein Fleisch Verkauft mein Fleisch An den billigen Ständen Und verwertet die Reste Ich wüsste niemanden Der sich selbst gehörte Hat noch niemand jemals von gehört Ich wüsste niemanden Der sich selbst gehörte Hat noch niemand jemals von gehört Begrab, begrab mein iPhone An der Biegung des Flusses Und tragt meine Kundenprofile zur Freibank Und holft euch ein Zuckerberg Weint mit euren Steuerberatern Mit euren Finanzdienstleistern Bestattet eure Altersvorsorge auf Wendung In der Luft In der Luft Und singt Vom Dispo der totalen Liebe Und singt Vom Dispo der totalen Liebe Ich wüsste niemanden Der sich selbst gehörte Hat noch niemand jemals von gehört Ich wüsste niemanden Der sich selbst gehörte Hat noch niemand jemals von gehört Ich wüsste niemanden Der sich selbst gehörte Hat noch niemand jemals von gehört Was sieht Lady of totales Chaos Ich wüsste niemanden Der sich selbst gehörte Was sieht Lady of totales Chaos Hat noch niemand jemals von gehört 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 Vielen Dank.